. Nur wenige Augenblicke später passiert es. Oh, weia, weia, weia. Oha. Ah, da kommt der Knoten. Guck mal. Jetzt geht es an die Unterschnur. So, jetzt bleibt er dann langsam stehen. Klipp, klipp, klipp durch die Ringe. Ah, wird ihn wieder. Jetzt angle ich seit über 30 Jahren und habe schon viele Fische gefangen. Aber jedes Mal, wenn wieder so ein Tier hängt und es wird gedrillt, da zitter ich. Das ist unglaublich. Oh, oh. Oh, oh. Vielen Dank.